Herr Glasser, ich habe mir gerade das Stichwort gegeben, VW Wolfsburg, Ihr Ex-Klub, ist das für Sie ein besonderes Spiel oder eins wie viele andere auch? Ja, würde ich lügen, wenn ich sage, es ist eins wie viele andere auch. Ist natürlich ein bisschen besonders auch für mich, weil ich ja zwei Jahre dort verbracht habe, auch in Summe zwei sehr erfolgreiche Jahre dort mit der Mannschaft gehabt habe und deswegen ist es sicherlich auch ein Stück weit besonders. Auch noch mal ganz kurz bei der Vergangenheit bleiben. Der Kader in Wolfsburg hat sich ja seit Ihrem Weggang nicht verändert, aber die Trainerposition hat sich halt geändert. Sind Sie vielleicht einfach so gut, dass es in Wolfsburg nicht mehr läuft? Soll ich das beantworten? Hau da einen raus in seiner letzten PK hier in Frankfurt. Ja, deswegen lache ich drüber. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Noch ein bisschen abseits von der Eintracht, diese Woche war es ein großes Thema Playoffs in der Bundesliga. Ist das eine Idee, die Sie begrüßen würden? Wie denken Sie darüber? Ja, ich weiß nicht. Ich bin jetzt ein großer Fan der amerikanischen Sportarten. Schau am Sonntag dann auch natürlich Superbowl in der Nacht und hier ist natürlich, ich glaube, die Bengals wären nicht im Finale, wenn es jetzt das deutsche System gäbe. Und trotzdem ist es der größte Event weltweit, glaube ich, mit den Zusehern, mit den Erlösen. Also von dem her hat dieses System schon einen unglaublichen Reiz. Also Playoffspieler, ja, die Champions League im Fußball, das Champions League-Finale ist im Endeffekt ja auch dann das Resultat eines Playoff-Rasters. Und das ist jetzt auch im Fußball, was sicherlich mit den meisten Geldern lukriert, was auch ganz, ganz viele Leute sehr, sehr spannend finden. Ob es jetzt dann in den nationalen Bewerben umsetzbar ist, wie Europäer ticken, da halt ein bisschen anders wie die Amerikaner, wo sich das einfach schon über Jahrzehnte gefestigt hat, weiß ich nicht. Wie gesagt, in vielen anderen Sportarten bin ich großer Fan davon. Aber ob es jetzt das richtige Format ist, jetzt für, ich weiß nicht, ob das dann Deutschland alleine machen würde oder wie das, da habe ich mich auch nicht damit beschäftigt, weiß ich nicht genau. Da wollte ich doch nochmal bei dem amerikanischen Sport bleiben, beim Super Bowl. Sie haben es schon gesagt, Sie werden es gucken, wenn Sie Ihren Spielern irgendwas mitgeben, weil wenn man es guckt, beinhaltet das ja, dass man die Nacht halt nicht schläft. Ja, wir haben am Montag immer frei, das passt super. Also wir haben jetzt im Februar den schönen Rhythmus, dass wir immer Samstag spielen, dann trainieren wir Sonntag morgens und Sonntagnachmittag und Montag ist dann frei. sagen wir mal so schön, Fußballer und Friseure haben am Montag frei und deswegen können Sie die ganze Nacht schauen. Und ich werde es auch machen, es ist der einzige Fernsehabend, wo ich mir auch mal Chips gönne, sonst das ganze Jahr nicht, aber zum Super Bowl werde ich das machen. Ich freue mich schon drauf. Und hoffentlich mit dann 34 Punkten, dann ist es noch schöner. Ich freue mich schon drauf.